Hi ihr Lieben, mit euch ist Jana Kisilek und mein letztes Video. Ja, ich befinde mich jetzt in einer Filial von Karajklub. Wir haben zwei in Deutschland. Einmal in Berlin und einmal in Wiesbaden. Heute bin ich in Wiesbaden. Wir hatten ein Fest, das Fest vom neuen Produkt, Jami Switz. Das sind die Kinder Vitamine, die auch für Erwachsene sehr toll geeignet sind. Ich hoffe ihr kennt schon das Produkt. Wenn nicht, dann müsst ihr unbedingt kennenlernen. Auf jeden Fall bin ich etwas müde, nach langen Fahrt und nach der ganzen Veranstaltung. Aber ich möchte in meinem Video heute danken dafür, dass für euer Vertrauen, dafür, dass ihr so aktiv wart. Und ich habe auch schon angekündigt, diejenigen, die ganz aktiv im Chat mitmachen, die die Rezepte posten oder einfach ihre Meinung aussprechen oder irgendwas schreiben, was einen Sinn hat, eine Kleinigkeit von mir bekommen. Ich habe was Tolles vorbereitet und zwar... Tadadadam! So! Mädels, Ina und Viktoria. Das war eindeutig. Ihr wart beide, die immer das Gespräch am Laufen gehalten hat und ich habe gedacht, ihr solltet unbedingt das Produkt mit Kinder Vitamine, Jami Witz kennenlernen. Es gibt Zitrone und es gibt auch Orangengeschmack. Also ihr könnt mir dann schreiben, was ihr gerne hättet. Also ihr bekommt von mir eine Backung, 30 Stück, einmal am Tag, sowohl für Erwachsene als auch für die Kinder. Werden wir genommen. Es schmecken super lecker. Also ich möchte wissen, welchen Geschmack ihr euch wünscht. Und dann habe ich mir gedacht, noch ein neues Produkt. Banzai Bar. Unsere neue Riegel habe ich heute auch erst gekostet. Schmeckt nach Sushi. Also mir hat es richtig gut geschmeckt. Das die beiden, das beide Geschenke kommen. Ich lasse euch zukommen. Ich brauche jetzt noch eure Adresse. Und nochmal Danke an alle, die am Kurs sich beteiligt haben. Ich hoffe, es hat euch auch was gebracht. Auch wenn ihr nichts gesagt habt. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Ich wünsche mir eine Rückmeldung zum Kurs, wie es für euch war. Was war denn am Kurs gut? Was hat Ihnen gefällt? Was hat Ihnen geholfen? Und vielleicht etwas, also allgemeine Meinung. Von jedem Teilnehmer. Wünsche ich mir sehr, sehr, sehr. Und auch mit der Anmerkung, ob ich das offiziell mit eurem Foto und Namen veröffentlichen kann. Wenn nicht, dann kann ich das auch an einem machen. Ich danke euch. Und morgen als Video kommt noch extra Bonus für alle Teilnehmer. Ein Video von Anna Bledau, was ich vor dem Kurs angekündigt habe. Sie hat ein neues Video vorbereitet. Das bekommt ihr morgen. Ja, macht es schön noch diese zwei, also heute Tag und morgen noch den Tag fertig. Und dann bitte alles, was ihr so tolles in diesem Kurs gelernt habt, mitnehmen und an eure Familie vor allem weitergeben. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich bin da und offen immer für die Fragen. Mit euch Bajana Kisilev und Ciao.